Musik Ihr wisst ja alle, Dennis Richtarski ist ja Nordmann von Geburtswegen, kommt aus Hamburg, hat lange an der Küste gelebt und das ist das Spiel, was er heute vorstellen wird, den neuen Nordseemanager Düne. Den gibt's also gleich im PC-Bereich, da dürfen wir euch drauf freuen und bis es soweit ist, erst mal Max. Boah, hätte ich nicht gesehen, dass du den Witz gemacht hast, hätte ich gedacht, das wäre meiner. Ich bin der schickte voller Handgegst. Was ist denn jetzt an dem Witz auszusetzen gewesen? Der war echt gut. Das ist ein Kracher. Super Gag gewesen, oder? Wo sieht man denn heute im Fernsehen noch so eine Gags? Könnt ihr das mir mal verraten? Ja, das wird uns so nicht mehr sehen. Eine Woche beschäftigst du den Gag-Schreiber, hast du schon ausgezahlt. Ja, der Joachim, ne? Auch hier werden wieder gerade breite Diskussionen losgetreten, aber...